Yeah. Ja, guten Morgen auch. Heute ist der 1. September 2012 und das heißt für mich, dass ich nochmal den Versuch wage, einen 60 Sekunden September zu machen. Hatte ich letztes Jahr auch gemacht, relativ konstant. Das war auch, naja, eine Erfahrung wert. Allein das viele Geschneide dann zum Ende hin. Und dieses Mal dann in einer anderen Sprache, auf einem anderen Kanal. Könnte einfacher werden, vielleicht auch nicht. Ja, also ich versuche das mal. Könnte zumindest zum Monatsende. Ziemlich schwierig werden, das durchzuhalten. Aber, ja, okay. Also heute Samstag, das Wochenende startet. Ich habe ein bisschen aufgeräumt. Jedenfalls versuche ich, ansatzweise. Und werde jetzt gleich woanders hin müssen. Na denn, das war's schon.